das ist ja nicht zu fassen ron robert zieler kassiert hier nach sechs minuten beim vfp stuttgart so ein ei so ein ei das ist ja nicht zu fassen und genau von diesem philipp heise von dem ich gerade gesprochen habe ja was kannst du machen ich habe es halt mal versucht philipp heise